Pietro Lombardi, ist das seine neue Freundin? Sie ist eine schöne und aufregende Frau Pietro schmust mit brün etter Schönheit. Sie schaut ihm tief in die Augen. Er erwidert den Blick und muss lächeln, während sich ihre beiden Hände berühren. Wow, so innig hat man Pietro Lombardi lange nicht mit einer Frau gesehen. Okay, weiß. Wie es liebestechnisch um den DSDS-Luror steht, und auch wer die schöne Frau an seiner Seite ist. Eine Senorita findet Pietro ganz offensichtlich phänomenal. Aktuelle Fotos, die in der aktuellen Zeitschrift okay Ist sie etwa seine neue Freundin? Pietro Lombardi, ist das seine neue Freundin? Sie ist eine schöne und aufregende Frau. Anzeigepunkt viel unterwegs und wenig Zeit, sich um Haut und Haare zu kümmern? Wer beruflich voll eingespannt und viel unterwegs ist, hat meist wenig Zeit. Sich intensiv um seine Haut und Haare zu kümmern? Müde Haut und strapazierte Haare können die Folgen sein. Sandra ging es ganz ähnlich. Schauen Sie selbst, welche Lösung sie gefunden hat Ausrufezeichen.Mehr erfahren Distributed by Konative Pflichtangaben Hat sich Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi, 26, zwei Jahre nach der Trennung von Sarah, 26, etwa endlich wieder verliebt? Okay. Kennt alle Details. Punkt Sarah und Pietro Lombardi, ihre Liebesgeschichte in Bildern Punkt zur kompletten Fotostrecke Pietro schmust mit brün etter Schönheit Punkt sie schaut ihm tief in die Augen. Er erwidert den Blick und muss lächeln, während sich ihre beiden Hände berühren. Wow, so innig hat man Pietro Lombardi lange nicht mit einer Frau gesehen. Okay. Weiß, wie es liebestechnisch um den DSDS-Juror steht, und auch wer die schöne Frau an seiner Seite ist. Eine Senorita findet Pietro ganz offensichtlich phänomenal. Aktuelle Fotos, die in der aktuellen Zeitschrift okay zu sehen sind, zeigen Pietro Ferschmast mit einer dunkelhaarigen Schönheit. Ist sie etwa seine neue Freundin? Er verriet zwar zuletzt Doppelpunkt Punkt Ich bin derzeit Single. Doch die neuesten Bilder sprechen eine ganz andere Sprache. Zumal der Sänger im Zuge dessen auch bekräftigte, ich stehe mehr auf dunkelhaarige Frauen. Die sind schon voll mein Beuteschema. Wir würden sagen, Volltreffer. Im Bett from Getty in. Justina wich Pietro nicht von der Seite Punkt entstanden sind die verschmusten Bilder am Rande einer Feier in der noblen Villa Kalles in Kasbach im Rheinland. Normalerweise wird diese angesagte Location für Hochzeiten gemietet. Doch so schnell geht es zwischen Pietro und seiner Begleitung natürlich noch nicht. In der Location drehte der DSDS-Juror das Musikvideo zu seinem neuen Song Nur ein Tanz. Und die schöne Brünette, die in dem Clip die Hauptrolle spielt, wich Pietro auch in Drehpausen nicht von der Seite. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Okay, hat erfahren, Pietro persönlich hatte sich für sie stark gemacht. Beide wirkten an diesem Abend auffällig vertraut miteinander. Und wer ist nun die Frau, die Pietro so zum Lächeln bringt? Ist sie Pietros Neue? Sie heißt Justina Doreen Ribeira, 20, und wurde im vergangenen Jahr zur Miss Schweiz gewählt. Zum Videodreh reiste sie extra aus ihrem Heimatland an. Erklärt ein Augenzeuge. Da passt es natürlich auch, dass okay, beide auf der Lambert's Monday Night Party gemeinsam wieder trifft. Weil Justina als Model bei der Show mit Leif, bestand nicht die Gelegenheit, gemeinsam über den Red Carpet zu gehen. Später haben sie sich dann auf der Party getroffen, verrät uns ein Augenzeuge. Unterstrich week unterstrich card unterstrich so unterstrich Sonntag, scheint, als hätten beide wirklich Gefallen aneinander gefunden. Könnte die Schweizer Miss wirklich die neue Frau im Leben von Pietro sein? Der Sonnyboy hatte seit der Trennung von Sarah vor zwei Jahren keine Beziehung mehr. Fotos mit anderen Frauen? Fehlanzeige. Deshalb sind diese Bilder durchaus etwas Besonderes, und vielleicht schon bald keine Seltenheit mehr. Sarah Lombardi, also doch. Das spricht für eine Trennung, nun doch. Bereits seit Wochen wird über eine Trennung von Sarah Lombardi, 26, und ihrem Liebsten. . 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